Die Suche nach neuen Formen des Zusammenspiels Der schwarze Trompeter Don Cherry gab seinen Mitspielern die totale Improvisation. Impressionistische Klangbilder, von Instrument und Klangfarbe fernöstlich inspiriert, ließen musikalische Schattierungen hören, die dem Jazz einen entscheidenden Schritt in die Zukunft ermöglicht haben. Weite Spannungsbögen werden von kurzen, intensiven Spielmodulationen abgelöst, verlieren sich, zwingen das Publikum zu einer Reaktion. Musik, die fesselt ohne einzuengen, Bewusstseinserweiterung, die glücklich stimmt. Musik, die festelt ohne einzuengen, Bewusstseinserweiterung, Die Sache ist, wenn die Musiker Zeit genug zu spielen und sich gemeinsam mit dem Eternal Day zu spielen, zu haben eine sacrede Zeit, man kann das in den Musiken der verschiedenen Bands spielen. Und ich fühle mich, dass eine Band, die zusammen spielen können, kann sich zusammenzuhören. Wenn jemand, wie ich, oder mich, zu Tunisien, würden wir suchen oder finden? Ja. Well, suchen ist finden, nicht wahr? Wenn du Lust hast. Wenn du conscious bist. Das ist Holz. Das ist Holz. Das ist Holz. Das ist Holz. Das ist das Metall. Wo hast du diese? Das ist Holz. 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 Ja. Ja. Es ist sehr klar. Es ist sehr klar. Es ist sehr klar. Es ist sehr klar. Es hat so viel Respekt für Indianer Musik. Musik von Indien in der Westen. Wie man sieht aus. Schwung EMPA Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018